Ja, hallo ihr Lieben und willkommen wieder bei Rohrfrei für Rohkost. Ich möchte euch heute mal kurz einen meiner Lieblingsdrinks zur Zeit vorstellen. Da bin ich gerade schon fast süchtig nach. Es ist die berühmte goldene Milch. Die haben sicher einige von euch schon mal gehört. Und ja, die kann man ja in verschiedensten Varianten zu sich nehmen. Und ich muss sagen, wenn man den Hauptbestandteil, also die Milch, austauscht gegen, ich sag mal, bessere Milch, dann ist das ein richtig, richtig gesundes, gutes, tolles Getränk. Es stillt den Heißhunger, es entgiftet, es reinigt den Körper. Wir haben hier eine antibakterielle, antivirale Wirkung, entzündungshemmend. Es ist im Prinzip alles so drin, was man von einem, na, ich würde sagen, einem gesunden Smoothie so erwartet. Und es ist ja schon im Prinzip einfach nur ein Smoothie, der sich halt goldene Milch nennt. Aber er ist dermaßen bekannt geworden inzwischen. Und dann denke ich mir, hey, da darf man gern daran arbeiten, dass das noch bekannter wird und vor allem noch gesunder wird. Ja, dass man wirklich sagen kann, es ist gesund. Ja, mit der Kuhmilch stehen so einige, naja, ein bisschen im Zwiespalt. Und ich bin auch einer, der sagt, Kuhmilch, nein, bitte nicht. Das ist für Babys, aber nicht für Erwachsene. Euer Magen-Darm-Trakt mag das nicht. Entsprechend würde ich sagen, wenn ihr euch einen gesunden Ersatz dafür machen wollt, nehmt Pflanzenmilch, aber eigentlich besser, was selbst gemacht ist. Ja, dann nehmt eure Lieblingsnüsse und macht euch selbst eine Nussmilch. Und schon habt ihr da was ganz Frisches und auch wieder Gesundes. Weil jede Pflanzenmilch im Tetra Pak ist doch auch wieder nur ultrahoch erhitzt und schleimbildend und tot. Ja, einfach nur tot. So, also von daher hier mein Tipp, was ich im Moment am liebsten mache. Meine Milch mache ich am liebsten immer aus Cashekernen. Weil Cashekerne sind sehr schön weiß. Sämtliche Milchgeschichten gehen damit richtig, richtig gut. So, als kleiner Anhaltspunkt. Ich nehme immer 10 Cashekerne für eine Tasse. Das geht immer sehr, sehr, sehr gut. Dann hast du eine wunderschöne, ja, homogene Milchmasse, die ungefähr auch in der Konsistenz und ich würde auch fast sagen im Fettgehalt einer Milch ziemlich ähnlich kommt. Ja, kann man auch sogar aufschäumen. Selbst Latte Macchiato kann man sich mit, ja, Cashekernenmilch machen. Das geht richtig gut. Und die Milch ist sogar fast noch weißer als die richtige Milch. Also das ist der Wahnsinn. Also es macht's weiß, es macht's cremig, es macht's schäumbar und gibt auch immer eine schöne Grundlage für Gerichte. Aber man möchte ja gerne diesen weißen Effekt haben, den man ja von Sahne oft kennt, ne. Von daher auch hier unterstreicht das immer sehr gut, diesen Gelb-Effekt dann auch in der Tasse. Ja, hier ist es jetzt sehr gelb, weil mein Kurkuma ist verdammt groß geworden, was da reingerutscht ist in den Drink. Aber es ist meistens nicht ganz so gelb und geht dann doch meistens ein bisschen hellgelber aus, so wie eine Banane im Prinzip. Ja, also dann nicht lange quatschen, machen. Und zwar, wie mach ich das? Genau, ich mach 10 Cashekerne in den Smoothie-Mixer rein, kippe eine, so 3 Viertel Tasse Wasser mit dazu. Ich hab noch den Geheimtipp hier, damit es süßlicher wird. Ich mach noch eine Banane mit dran tatsächlich. Ja, das ist dann, äh, das macht es dann noch leicht süßlich, so wie ja eine Milch ja auch schmeckt, so ganz leicht süßlich. Also das ist dann der perfekte Ersatz für Milch, meiner Meinung nach. Ja, und dann kommen die Sachen rein, was die goldene Milch so bekannt macht. Im Prinzip ein daumengroßes Stück Ingwer. Hab ich hier schon mal abgeschnitten. Darf auch ein bisschen mehr sein. Je nachdem, wie groß euer Pott ist oder wie scharf ihr es halt mögt. Und ein genauso großes Stück Kurkuma kann ran. Ja, also hier sowas zum Beispiel. Zack, also darf schon wirklich so ein halber Daumen sein. Natürlich kann man Kurkuma auch ganz klar gemahlen nehmen, aber wenn ihr durch Zufall welchen frisch bekommt, ich hab gerade welchen frisch ergattern können, dann ruhig frisch mal eine Handvoll mitschnappen. Ist auf alle Fälle noch besser. Dann schwören immer alle drauf, da muss noch ein Schuss Pfeffer ran, damit der Kurkuma besser wirkt. Und das ist wie bei allen Dingen, ja, dem Hype kann man jetzt glauben oder nicht. Wer weiß es wirklich, ja. Also kurzum, ich sag mal, schaden kann es wahrscheinlich nicht. Von daher kann man ruhig so einen kleinen Schuss Pfeffer ran machen. Ich hab bloß gemerkt, wenn ich zu viel Pfeffer ran mache, vertrage ich es nicht mehr. Liegt mir dann nicht mehr so wohlig im Magen. Gerade wenn ich dann gerne zwei, drei von solchen Getränken haben möchte, dann merke ich, dass der Pfeffer mir irgendwie dann doch ein Dorn im Auge ist. Ich lass ihn dann doch meistens weg oder mach wirklich nur ganz, ganz wenig ran. Aber da muss jeder für sich entscheiden, ganz klar. Ja, dann soll regulär auch noch ein halber Teelöffel Zimt mit ran. Kann man dann auch sich da wunderbar von der Zimtstange was abbrechen, mit durchsmoofen oder hier was Gemahlenes nehmen. Ja, das wären die Grundzutaten und dann wird ja gerne noch liebevoll erweitert. Da kann man dann noch ein bisschen Muskat dran raspeln. Man kann noch eine halbe Nelke mit ran machen. Hier diese ganzen Weihnachtsgewürze. Also man kann dann noch Anis, Kardamom so ein bisschen mit ran. Das kann man sich richtig schön weihnachtlich machen, das Getränk, ja. Und zum Süßen noch Datteln vielleicht noch mit ran, wenn es nicht gereicht hat von der Süße, ja. Oder Löffel Honig. Da kann man sich quasi austoben. Aber so diese Grundzutaten, die wir jetzt hier im Bild zu sehen, sind auf alle Fälle schon mal sehr, sehr, sehr schön und rund im Geschmack. Und dann kann man sich da austoben. Ich habe jetzt alles schon durch, alle Varianten, alle Sorten. Seit fünf Tagen trinke ich irgendwie jeden Tag zwei, drei Tassen davon. Und bin da quasi gerade nachsüchtig und merke, dass es mir extrem gut tut. Von daher auch hier mal mein Feedback zu diesem Getränk, was ja jetzt gerade sehr oft immer mal erwähnt wird und gehypt wird. Ja, kann ich auch bloß den Daumen hoch zeigen und sagen, ja, Leute, probiert es mal aus. Es ist ein ganz tolles Getränk. Es geht warm, es geht kalt. Ja, das könnt ihr euch wirklich mit warmen Wasser smoothen. Ihr könnt das mit gefrorenen Bananen smoothen. Dann wird es schon fast so eine Eiscreme, eine Nice-Creme. Geht alles und es schmeckt halt immer. Ihr seht schon, mein Mixer ist schon völlig gelb von dem Kurkuma. Aber gut, ist dann halt so. Ja, da kann man sich ausleben. Ja, wie gesagt, es stillt auch diesen Heißhunger. Wenn ihr jetzt Hunger habt auf irgendwas Ungesundes, sage ich jetzt mal, trinkt doch bitte erst mal ein Tässchen davon. Und dann überlegt ihr nochmal, ob ihr jetzt wirklich noch euch eine Schokotafel reinzimmern wollt oder was auch immer. Ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mal drunter, wie euch der bekommt und welche Zutaten ihr am besten findet. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also bis bald, Rian. Tschüss. Tschüss. Tschüss.